Mein Name ist Katharina Lotspiller, ich bin 17 Jahre, wohne in Wieselburg und mache bei der Railcargo Austria Lehrer als Speditionskaufmann. Mein Name ist Mario Pretziner, ich bin 17 Jahre alt, bin derzeit am Terminal in Wels und mache gerade auch Lehrer zum Speditionskaufmann. Mein Name ist Benemeno Pretzberger, ich bin 19 Jahre alt und mache zurzeit eine Lehre bei Railcargo Austria als Speditionskaufmann. Mein Name ist Nadine Fangl und derzeit bin ich eingesetzt im Auftragsmanagement Ortmann. Mein Name ist Clemens Bohanker, ich bin 22 Jahre alt und bin in der Lehre zum Speditionskaufmann bei der Railcargo Austria. Ich habe mich bei der Railcargo Austria beworben, weil ich eine individuelle, anspruchsvolle Arbeit suchte, aber gleichzeitig auch einen Bürojob. Ich habe mich bei Führfirmen beworben und die Railcargo, die war halt dann das, wo ich gesagt habe, wie oder wie hin. Ich bin durch Bekannte draufgekommen, dass Railcargo eine Lehre zum Speditionskaufmann anbietet und habe mich dann gleich beworben. Es ist jeder nett, hilfsbereit, kommt auf einen zu und wird von den Kollegen gut unterstützt bei der Arbeit. Am besten gefällt mir an meiner Arbeit, dass ich sehr viele Menschen kennenlerne, sei es Kollegen oder auch Kunden. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu, also es ist nie gleich. Es kommen immer wieder Herausforderungen, kommen dazu, das gefällt mir am besten. Am meisten Spaß macht mir der Kundenkontakt, dass man permanent telefoniert, mit fremden Leuten zu tun hat und dass mich der Chef zu Kundenbesuchen mitnimmt und man neue Leute kennenlernt. Es ist sehr familiär, man wird überall extrem gut aufgenommen, sie erklären da alles sofort. Du kannst immer, jederzeit fragen. Alle sechs Monate wechseln wir den Standort und lernen somit die ganze Firma in einem Bundesland näher kennen. Bei der Railcargo hat man die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu machen. Das wird in vier Städten angeboten und ich habe das Glück, dass ich einen Monat nach Prag fahren kann. Das wird sicher ein Highlight der Ausbildung. Es ist sehr gut gemacht, speziell von den Ausbildern, da einem meine Fragen immer zu 100% beantworten können und auch sehr kompetent sind. Wenn ich Fragen habe, melde ich mich immer zu meinen Ausbildern oder Kollegen und diese helfen mir auch immer weiter. Das ist sehr gut gemacht.